So Leute, es gab ein paar Leaks zum neuen Champion Senna, wie man hier sieht wurde auf dem PBE was gefunden, ob es gefakt ist oder nicht, das werden wir bald herausfinden, aber dort gab es eine Mission, wo wir mit Senna ein Game gewinnen müssen, das könnte darauf anspielen, dass wir jetzt bald auf dem PBE testen können, denn am 15. macht Dorito ja einen Livestream zum 10. Anniversary von League of Legends und da werden neue Ankündigungen gemacht. Und könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir dann den Champion testen können, Senna ist ja Lucians Frau und da gab es jetzt vor kurzem ein paar Anspielungen noch dazu, weil da war ja zwischen Lucian und Trash eine Geschichte und die konnte man sich hier durchlesen, falls euch das interessiert, könnt ihr euch ja durchlesen, aber ja, das werde ich in der Beschreibung verlinken. Und dazu gab es heute noch ein Video auf dem offiziellen League of Legends Kanal, so ein kleiner Teaser zwischen Lucian und Trash und das spielt alles darauf hin, dass der Champion bald kommen wird und das soll ja ein ADC sein. Und ja, mal gucken, was ihr sich da wieder für bescheuerte Sachen eingefallen lassen und ich bin schon gespannt, könnt ihr mal schreiben, was ihr glaubt, was der Champion kann, ob ihr euch schon darauf freut. Teaser können sie mal gut machen. Mal gucken, wie der Champion wird. Bin da schon gespannt. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn der Champion rauskommt, werde ich das auf jeden Fall im Video machen. Und ja, sonst viel Spaß. Ciao. Ciao.